Hallo, ich bin die Veronika und ich bin der Dennis und wir hatten ja heute unseren Hochzeitstag, die sehr schöne Feier und wir hatten ja das Glück gehabt, die Tamada Nathalie und den DJ Lagran bei uns zu haben und wir sind sehr glücklich mit der Fall auch gewesen, sehr schön moderiert, alle Gäste hatten Spaß gehabt, es ist immer jemand auf dem Dancefloor gewesen, wirklich der DJ auch, sehr schöne Musik, alle Wünsche berücksichtigt und der DJ war super, Tamada war super, was soll ich dazu noch sagen, echt alles top, gerne wieder. Wir sind echt glücklich, die Wahlen getroffen zu haben, vielen Dank. Ich habe mir gleich schon zwei süße Lumpen, wie ich sagen.